Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich war jetzt mehrere Tage hier bei dir und bei allen anderen Trainern hier auch am Stützpunkt. Ich war ja gekommen, um das weltbeste Jugendtraining zu finden. Und ich kann dir eines sagen, ich habe das zweitbeste Jugendtraining von der Welt gefunden. Das heißt, ich werde noch weiter suchen nach dem Besten. Auch das zweitbeste kann ich dir bescheinigen. Macht ihr hier auf jeden Fall. Dann lass uns gemeinsam suchen, weil auch wir werden uns immer noch verbessern und suchen auch immer Wege, wie wir Sachen noch besser machen können. So lass uns gemeinsam die Suche angehen. Sehr gerne. Vielen Dank. Kein Problem. Tschüss.